Hallo YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Vorweg, ich werde ab jetzt, ab dem Tag 2, die Folgen zusammenschneiden zu einer interessanten Geschichte. Das heisst, ich habe ganz viele rausgehauen, wo ich rumgelaufen bin, Sachen, die ich abgebaut habe, oder wo ich gelautet habe und nichts gebracht hat und so. All das Nicht-Spannende ist also weg. Und ja, du dürfst gerne einen Kommentar hinterlassen, wie du das findest und so. Und sonst geht es jetzt halt einfach weiter mit dem GameRocker in dieser apokalyptischen Welt. Viel Spass! Uuuuuhhhhhh, lecker, ich schlecht pennt diese Nacht. Ich habe die ganze Nacht nicht richtig pennt. Es hatten draussen die Viecher, die Geräusche gemacht haben. Und mein Bein hat mir wehgetan. Und ich fühle mich irgendwie zum Kotzen. Also habe ich halt die Zeit anders genutzt. Ich habe mir hier so ein Lagerfeuer gemacht. Und treu nach schweizerischer Manier ein wenig ordentlich gemacht. Zum Beispiel hier im Medizinschrank. Treu schweizerisch. Habe ich mal richtig eingeräumt. Und dann habe ich mich daran besinnt, dass ich als Pfadfinder gewusst habe, wie man Feilbögen machen kann. Darum habe ich auch die Viehle gemacht. Und so ist halt auch, wie gesagt, wir haben nach schweizerischer Manier Ordnung gemacht. Und dann habe ich auch noch ein anderes Zeug gemacht. Weil ich eben die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Es war wirklich ein Zeug gewesen. Rund um mich herum. Und dann habe ich halt mir da schnell einen Weg gemacht. Hier runter. Irgendwie. Wenn ich dann hier runter komme. Und... Was hat es denn da hinten noch? Da ist mir gar nicht aufgefallen bis jetzt. Ah, okay. Cool Sache. Ja, und... Jetzt hang ich... Da irgendwie kurz schnell fest. Irgendwie mein Kleid hat sich an der Leitere verhängt oder so. Ähm... Ja, okay. Ähm... Die Kiste könnte ich eigentlich auch mal aufmachen. Um zu schauen, was es da drin hat. Oh. Okay. Einen Schraubenschlüssel und einen Malenpinsel. Was will ich mit einem Malenpinsel? Äh... Ich bin eigentlich nicht so der Künstler. Ähm... Dann habe ich gesehen, da die Werkbank. Die, äh... Ja... Scheint recht noch in einem guten Zustand zu sein. Wie die sicher irgendwie für etwas dann brauchen können. Irgendwann. Und, äh... Weisst du was? Ich bringe jetzt das Zeug jetzt gerade schnell wieder hoch. Ich will das nicht immer mit mir herumschlägen. Da muss ich nicht unnötiges Gewicht herumtragen. Äh... Siehst du? Ich bin sogar zu schwer, um dort rüberzukommen. Oh, ey. Das ist... Ich muss mehr anlaufen, als wie es aussieht. Aber ja, ja. Ähm... Es brach nichts Bein. Und darum arbeite ich nicht in jeden Sprung. Ja. Und da müssen wir im Fall etwas noch dagegen unternehmen. Aber jetzt zuerst wieder ähm... das ist ein bisschen schweizerisch aufräumen. Ähm... Ja... Wo tue ich all das Zeug rein? Dann einfach... Da... Ja gut... Nehm ich mit. Vielleicht brauche ich den noch. Und... Da tun wir jetzt noch schnell die mechanischen Teile rein. Ähm... Jetzt... Ich muss... Irgendwie... Habe... Wir wollen hier raus. Äh... Da hat es noch einen Tisch. Kann ich die eigentlich... Ah, da hat es ja noch mal eine Kiste. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Die nehmen wir auch noch schnell voneinander. Gibt die eigentlich auch Holz? Das wäre noch etwas. Nein, leider nicht. Schade. Und natürlich ist sie leer. So, dann schauen wir hier mal raus. Hallo! Ein neuer Tag beginnt! Äh... Bus... Bar! Dort hat es sicher Klebbband. Wir gehen schauen. Äh... Da gibt es Holz. Das nehmen wir mal die Sonne. Gut. Ah, dort sind schon wieder die ersten Viecher unterwegs. Äh... Da hat es aber... Noch... So... So... Zeugs... ...die ich vielleicht brauchen könnte. Aber nur vielleicht... Ähm... Ich habe irgendwie immer Angst, dass da... Irgendwelche Viecher um die Ecke rumkommen haben. Das ist zum Kotzen. Da hat es noch ein Auto. Ein verschrottetes. Oder es sieht einfach recht schrottig aus. Wir schauen mal, ob es da etwas Gescheites drin hat. Nein! Äh... Dann schauen wir doch hier mal schnell rein. Ob es da etwas gibt in dieser Bar? Oh, da liegt einer am Boden. Ähm... Weisst du was? Jetzt können wir das gleich mal testen. Jawohl! Das hat funktioniert! Hey! Das mit dem Pfeilbogen funktioniert wunderbar. Setzt denn da noch andere Viecher drin? Hallo? So? Nein. Äh... Noch nichts. Oh, da liegt noch jemand am Boden. Okay, äh... Komm mal da! Zack, zack, zack! Wow! Was bist du nicht aufrein? Nein! Monster-Titan-Angriff! Woah! Shit! Nein! Zieh dir das hin! Nein! Schau dir an! Nimm das! Nein! Die steht noch mal hoch! Nein! Nein! Da kommt noch mal das Zeugs auf mich zu! Nein! Nein! Ein Strippering macht mich an! Hey! Gern! Zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort, wäre ich voll abgefahren auf das. Aber so? Nein! Nein! Da nehme ich lieber das Rohr mit. Und schaue weiter. Ähm... Was hat es denn da noch? Das hier sieht recht kaputt aus. Hier hat es noch mal so ein Teil, das am Boden liegt. Hier können wir ja da... Ja... Wenn ich treffe, in den Kopf schiessen. Aber ich treffe natürlich nicht. Du hast aber einen geilen Helm an! Wow! Gut, dann können wir uns ja auf den Weg machen, dem dort noch eins auf den Kopf zu gehen. Oh nein! Jetzt steht er noch auf! Merde! Okay! Ähm... Wie machen wir denn das jetzt? Weisst du was? Ja... Etwas anderes. Nimm einmal den Pfeilbogen und zack! Nimm das! Und... Der Helm schützt dich wahrscheinlich, aber nicht genug gut. Gut! Wobei... Wenn ich nicht treffe, macht es auch nichts. Aber schau! Ja! Sauber! Oder? Aber du bist tot! Ja, jetzt bist du tot! Ja! Und schön hast du dich da zwischen hinein gequetscht. Das sieht geil aus! Wunderbar! Super! Der Bäcker hatte Geld dabei. Warum auch nicht? Ist gut! Dann ähm... Wieso habe ich eigentlich hier das Holzteil mitgenommen? Äh... Egal! Jetzt gehen wir mal schauen, ob wir hier etwas finden, das wir brauchen können. Wasser! Super! Und... Ui! Hat hier irgendwo ein Vieh? Irgendwo... Ja, da ist die Küche. Das ist gut. Dort schauen wir nachher rein. Ähm... Ja... Leerscheibe! Wo ist das? Krass! Ja, gut! Und... Oh! Cool! Moment schnell! Yeah! Bier! Super! Ich freue mich dann schon darauf, wenn ich das trinken kann. Ich trinke es aber noch nicht, weil ich noch einen klaren Kopf habe, wenn es hier weitergeht. Ähm... Ja... Weil... Ich habe auch eh gesagt, ich trinke nie mehr Alkohol! Ähm... Mal schauen... was denn da aber noch kommt. Aber weisst du was? Ich mache jetzt einfach noch so Hackbrei! Da geht's... Da geht's rein! Auf jeden Fall! Da will ich rein! Das ist nämlich die Küche. Und... Ich sehe dort schon einen Fachtopf. Hey... Irgendjemand ist hier die Zeugsanker kaputtgeschrattet. Und ich sehe einfach nicht woher. Oh! Schon wieder so einer! Schon wieder so einer! Schon wieder so einer! Nein, nein, nein! Lass mich raus! Lass mich raus! Ah... Wo bist du? Wo bist du? Hier bist du! Noch mal so ein Biker! Oh nein! Jetzt habe ich keine Pfeile mehr! Nein! Sag nicht so etwas! Ah! Ganz schlecht! Also... Knüppel aus dem Sack! Ähm... Also... Lass du... Bist jetzt einfach mal ruhig! Ist das klar? Da... Am Boden kannst du liegen und... Eines auf den Grind kannst du haben und... Noch mal eins auf den Grind... Und... Noch mal eins auf den Grind! So! Jetzt bist du ruhig! Da ist nichts mehr zu melden da! Und jetzt lass mich noch einmal hier in die Busbar rein! Weil... Da habe ich nämlich ganz lustige Sachen gesehen! Was bist du da für einer? Ah! Bist jetzt du da? Du bist frisch da? Du siech! Woher kommst denn du? Hey du verdammte Skaterpunk! Komm da! Geht's doch nicht! Echt jetzt! Nimm das! Und das! Jetzt hast du einfach mal den Arm verloren! Das ist auch etwas! Ähm... Aber... Weg ist weg! Ah! Du hättest vielleicht noch etwas dabei! Ein wenig Geld! Ähm... Weisst du was? Das hat jetzt Durstung gemacht! Am liebsten würde ich ein Bier trinken! Aber ich genüge mich jetzt mal mit Wasser! Ich glaube das ist vielleicht gerade etwas cleverer! Weil ich muss den Kopf beieinander haben! Echt! Ähm... Ah! Jetzt noch mal Bier! Das ist ja gut! Also jetzt kann ich dir gleich eine Party schmeissen! Ähm... Ap... Die... Apokalyptische Party! Hey! Echt! Das kommt für mich irgendwie völlig neue Dimensionen! Ähm... Daraus... Äh... Ich werde aber eigentlich... Gern... Klebband! Ja... Da hat es... nichts an Klebband! Was ist denn da? Ein Ausgang? Schön! Ah! Du hättest nur eine Mülltonne! Vielleicht hat es da Klebband! Nein! Natürlich nicht! Ähm... Dann brauche ich aber eigentlich mal Holz! Ah! Da könnte ich wieder rauf! Nachher falle ich wieder runter! Will ich nicht runterkommen? Hm... Es ist immer das Gleiche! Ah! Jetzt noch mal eine Mülltonne! Woher kommst denn du jetzt wieder? Nein! Von oben runter! Krass! Langsam weiss ich, wie wir mit euch umgehen! Echt! Ich lehre schnell! Ich lehre schnell! Echt! Ich segne es! Aber dir machen mir alle Angst! Die kommen von oben, von unten, von überall her! Das macht mir also echt Sorgen! So! Weisst du was? Ich muss Klebbband finden! Also! Holz! Ich will Klebbband! Ähm... Shit! Ich habe einen Köter! Und ich habe Angst vor Hunden! Gar nicht gut! Gar nicht gut! Gar nicht gut! Ähm... Ich hasse Hunde! Der kommt auf mich zu! Verdammt! Verdammt! Hau ab, du Köter! Hau ab, du Köter! Du kommst sicher nicht da rauf! Hey! Aber jetzt echt nicht! Ich bolle dich ins Boden! Fahr ab! Nimm das, du Scheisshund! Hey! Echt! Ah! Ah! Okay! Ähm... Dann gehen wir weiter! Klebbband suchen! Hm? Wo hat es... Klebbband? Ah! Pfeile wollte ich eigentlich schnell machen! Ähm... Das könnte ich eigentlich noch rasch! Komm! Ähm... Pfeile! 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 Da! So! Und dann habe ich schon wieder kein Holz! Ah! Das ist zum Kotzen! Also dann gibts halt dir hier einfach noch eins aufs Dach! Da! Nein! Jetzt hast du mich noch erwischt, hey! Du Scheisshund! Das glaube ich ja nicht! Hey! Ah! Klebbband! Sehr gut! Sehr gut! Gerade wieder verschwinden! Du hast Klebbband dabei gehabt! Da hat sich ja gelohnt dich runter zu näzeln! Dann können wir jetzt hier wieder schnell nach Hause! Und da fühle ich mich einfach am sichersten! Und jetzt schauen wir, dass ich die Schienen hinbringe! Ähm... Nein! Ich habe keine Stofffetzen! Ah! Hahaha! Okay! Ähm... Doch! Hier habe ich Stofffetzen! Und... Was brauche ich noch? Stofffetzen und... Holz! Habe ich natürlich keine! Ah! Also! Holz sammeln! Ähm... Halt! Falsche Tasten! Schon wieder falsche Tasten! Da! So! Also! Also! Wir gehen unter die Holzhacker und Holzfäller! Und... Schauen wir mal, dass wir uns hier ein bisschen Holz besorgen! Einfach kurz und spitz! Ähm... So! Jetzt haben wir Holz! Gut! Dann! Bitte! Scheine! Mach die mal! Ah! Das geht ja! Zacki! Zacki! Komm! Wunderbar! Ah! Das tut schon mal gut! Ah! Das tut schon mal gut! Also! Was brauchen wir? Etwas zu essen wäre auch nicht schlecht! Ähm... Wo finde ich denn etwas zu essen? Hmhm... Ähm... Irgend in meinem Haus hat es sicher noch etwas zu essen! Also... Ähm... Da sind wir drinnen gewesen! Zu essen haben wir nichts gefunden! Aber... Vielleicht... Ah nein! Halt! Dort sind wir drinnen gewesen! Ähm... Da hat es ja... Zwei Bars! Ah! Das wird mein Hirn wieder durcheinander bringen! Weles ist jetzt welches und wo ist was? Mensch! Ah! Ah! Rechts ist links und links ist rechts immer das Gleiche! Es kommt einfach darauf an! Wie das man schaut! Also! Jetzt suchen wir einfach alles ab! Ich brauche etwas zu fressen! Ähm... Weil Wasser bin ich momentan safe eigentlich! So mehr oder weniger! Ah! Die Bar sieht genau gleich verlottert aus wie die anderen! Aber... Da ist kein Mensch drin! Ähm... Kommt einer von oben runter! Nein! Ähm... Ist da wirklich kein Mensch drin! Hallo? Ist da jemand? Nein! Gut! Ähm... Aber ich höre einen! Das Gute ist, da drin hat es Bier! Kann ich eigentlich Bier trinken? Ähm... Getraue ich mich das jetzt? Unter Alkoholeinfluss irgendwie... ...dur die Welt durchzugehen? Wasser finde ich auch eine Masse! Aber ich möchte eigentlich etwas zu essen! Gebt mir etwas zu essen! Äh... Dann gehen wir halt hier in die Küche hineinschauen! Wieder einmal mehr! In der Küche sollte man ja meistens etwas zu essen finden! Ich will noch schnell hinten raus schauen, ob da nicht einer kommt... Nein! Gut! Ah, die ist leer! Die Mülltonne! Ich habe die schon untersucht! Bin ich hier schon mal? Wieso... Wieso gehe ich dann wieder da hin? Ah! Das ist hier! Jetzt weiss ich auch, wo das ist! Okay! Nichts! 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 Ja, Kochtopf! Nichts! 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 Schlecht! 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 Äh... Holzbrüte ja eigentlich! Habe ich gesagt! Äh... Habe ich jetzt wieder Pfeilen eigentlich? Jawohl! Zehn müssen länger! Oder? Und weisst du was? Dir gebe ich jetzt hier gerade mal eins auf den Kopf! So! Nimm das! Ähm... Ähm... Die Tür ist mir zu hart verregelt! Das habe ich schon durchsucht! Da bin ich ja in diesem Fall schon mal gewesen! Also... Das war ein Reinfall in diesem Haus! Ähm... Also nicht dieser in Schafhausen, sondern... äh... dieser hier! Dann gehen wir halt in die Küche schauen! In der Küche hat es ja meistens etwas zu essen! Aber äh... so wie ich das sehe... wird es da... nicht gerade viel besser sein! Äh... Äh... Oh! Falsch weg! Alright! Alright! Ähm... Wenn ich nicht bald zu essen komme... ...sehe ich im Fall schwarz für mich! Echt! Ah! Sehr gut! Es hat etwas! Ah! Ich habe ja noch das grusige Chili, wo ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf habe, das zu essen! Aber... Ähm... Es wäre immerhin etwas! Ich habe immer Angst, dass einer von hinten kommt und mir irgendwie das Leben schwer machen! Aber... Ist nicht so! Wir schaffen das! Wir... Ich bin ein starker Mann! Ich überlebe das! Ich komme da durch! Ich mache das alles so wie es sollte! Äh... Was ist das? Ich habe noch eine Handtasche hier! Mit Geld drin! Super! Cool! Was will ich mit Geld? Sonnenbrille! Ja! Die kann ich brauchen! Ja! Ja! Gut! Okay! Dort oben wandelt wieder irgendeiner rum! Ähm... Hier sind wir einmal sehr nahe beim Wasser! Das ist ja gut! Und... Hat es hier etwas? Nein! Hier hat es nichts! Nicht und nichts! Ah! Ich sehe gerade, das hätte ich eigentlich nicht gebraucht! Aber... Ich habe hier noch etwas... ...Gläser, das ich fülle mit Wasser... ...so... ...à la... ...Waterpump! Und den Stein nehmen wir gerade noch mit! So! Also... Gut! Ähm... Jetzt essen! Wir gehen hier einmal den schönen grünen Arnen an! Weil da finde ich sicher irgendwo... ...etwas zu essen! Oh! Wobei... Hier könnte ich noch etwas Holz mitnehmen unterdessen! Ah! Die verdammte Steinachse hat das Namen nicht lange hin! Da müssen wir auch mal schauen, dass wir da etwas Besseres bekommen! Oder etwas Besseres machen können! Weil das... ...dolles! ... ... ... ...